Dorm, die müssen wir natürlich ersetzen Sonst Hat das üble Nachfolgen Ähm Die ich natürlich nicht näher benenne Hm Pumpkin Seeds Könnte man ja eigentlich tauschen Wenn ich genügend hätte Tja, wenn ich genügend hätte Das ist Komisch Ich tue, der hat so echt hier als Weg Da kann man nicht viel machen Das Eisen ist gar nicht viel da ne Steine ja auch nicht 400 Ich hoffe mal, dass man die Anzahl Dass sie das schnell bauen Ja, Steine Slow ist mir bekannt Du siehst mir bekannt Gut Haha, krass Oh, das Schiff ist weg, Gott Weil hat mir nichts gebracht Weil hat mir nichts gebracht Das hat mir nichts gebracht Da, 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 da Okay Stein, Stein, Stein Nein 29 9 4 8.900 Also hier kriegt man schon eine gute Menge rein Würde ich behaupten Korund 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 Season Hm Eisenloh Äh Ja, so ein Knopf Baulöder haben wir jetzt da Wenn die denn meinen, die ich hier irgendwie was abbauen würden, dann Können echt von hier runter was weiter bauen eigentlich Würde die, würde der Produktion ja hier überhaupt nicht stören Finde ich Ja Und was ist denn hier Hm 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 Was Aber nicht, haben die es gepatcht Und Dass, dass man zwei Schafe braucht Oh ne, oder? Ha Hat mich so gefreut Ha 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 Ah ne Ich hätte bestimmte Mikrosporer und Äh Wir haben ja eigentlich auch ein bisschen zusammen Das schon ein paar mal gespielt, aber Irgendwie Also mir hat sie gesagt, dass es so ging Ja Hatte zwei Schafe gehabt, äh oder ein Schaf Hatte sich das Fortgepflanzt Was Was soll ich das denn dazu sagen, gell? Also Krass Krass So, mal gucken wir, wie er gestorben ist Trader Ja gut, die wurden ja mal sehr schnell ersetzt, ne? Passt das schon Feuerhals Voll Holz Ach gut, das ist so bald Winter und das und hier, ja, es ist grad die Zeit, wo die, die ganze Zeit herholen Ja, da kann man nichts machen, ne? So, was ist hier, Leute, mit dem hier? Und das mal Komm, das hier Und das Äh Hä? Geh jetzt ab Und hü Was ist denn da mit? Was ist hier? Was ist denn da mit? Storn ist lauer, Feuerholz ist lauer Das ist mir bekannt Warte her Das ist mir sehr bekannt Und So, hat man mal hier noch ein paar rein Sechser Feuerholz Also, Holz haben die schnell aufgefüllt hier, ne? Wie ist das hier? Aber das Feuerholz Hallo, das sind drei Woodcutter Soviel hab ich ja jetzt nicht weggenommen, oder? Oh, noch vier Oh Krass So Ist der Hundle mit 200 Also mal hier Hm Aber das Feuerholz, wie man sieht, wird auch wieder aufgefüllt Also Ist ein gutes Zeichen Das ist ein gutes Zeichen Ja Kohle haben wir gar nichts anscheinend Wohl ich mir was gekauft Totam Jeder haben wohl nicht mehr Das geht gar nicht schnell so negativ Und so scharf Der ist doch fies, ey Ich hatte Glück mit unserem Schaf Und dann Was weckt? Wurde bestimmt so gemastet worden Irgendwie aus, keine Ahnung Was ist denn hier irgendwo drinnen? Hier sechs Wörter Aha Hm Nee Krass Sechs Wörter Ist weh ein Schaf? Hm? Hört sich gut an eigentlich Eigentlich hört sich das richtig Oh Ähm Ähm Also hier haben wir zwei Da haben wir einen Da haben wir einen Auch einen Hm Ich hoffe mal das reicht für die Leute Oder haben wir einen? Hä? Ändern das hin und her, ne? Nicht schön Stonecutter So So Hier zwei Haben wir auf jeden Fall zwei Da ist einer Ja Ja Gut, das geht Puff Puff Kürbett Ohohohohohoh Anfangen Ich will ein verdammtes Tier Mist, 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 Mist Ähm Schieben Hm? Was haben wir hier? Tools Tools Achso Bei der ganze Zeit das Eisendorfer Ah Das ist natürlich Ungünstig Und sehr ungünstig Pumpkin Plump Ah Ah Das ist alles Ungünstig alles Guck mal hier, warum haben die jetzt auch sechs Ey und die tun das alles aufteilen, ne? Finde ich nicht schön Ja, nicht Nicht so schön Ne, 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 ne Guck mal wie viel Ei Guck mal wie viel Hier zeige ich rum nicht Viel mehr Steinen Als was ich brauche Ah Und die haben die schon was geholt anscheinend Hm So Das finde ich schön, wenn da so Bäume, ne, ne, hier so, so richtig schön dichter Wald und so, voll cool Gefällt mir Ah Ah Der baut Sie bauen Schön Schön, 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 schön Riesen, riesen Bauprojekt und endlich, ne Endlich Können die damit anfangen Können die damit anfangen Und Ja Ha Finde ich schon cool Ja Ja So im Motorrad Hm 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 99 99 99 Scot Good 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 Gut, sieben. Hm. Also ich lasse es immer zwei Stone-Kotter drin. Dreine Mine. Das reicht jetzt zwar nicht aus, aber was hat nicht genug Nahrung. Ernsthaft? Ernsthaft? Hm. Nee, nee, nee. Hä, es bringt mir nichts toll, deswegen...